Wenn ich eine Stimme hätte, hätte ich viel zu erzählen. Wenn ich Augen hätte, dann würde ich nicht wegsehen. Wenn ich meine Füße hätte, würde ich für sie gehen. Wenn ich eine Stimme hätte, dann würde ich nicht verschmähen, meine Stimme zu erheben, für das Leben, für das Leben. Meine Stimme zu erheben, für das Leben, für das Leben. Das ich nicht habe, es ist eine Gabe, heute zu leben. Ich wurde abgetrieben, ich wurde abgeschrieben, ich wurde ausgetrieben. Und zwar ganz egal, in einem Spinal, wurde ich zerrissen, in den Kübel geschmissen. Kann ich mal entspannen, unterstützt vom Staat, verlor ich mein Leben. Ich würde es hingeben, um meine Stimme zu erheben. Für das Leben, für das Leben, meine Stimme zu erheben. Für das Leben, für das Leben. Hör auf zu schreien, lass mich nicht leiden. Sprich über mich. Fang um zu reden, aber hilf mir zum Leben. Wer für mich, wie Millionen, Kinderherzen. Für das Leben, für das Leben, für das Leben, würdest du nun für sie aufstehen. Jedem deine Stimme geben. Sprich, du für das Leben. Sprich jeden Tag. Sprich mit den Menschen, wenn mich einer fragt. Du wirst aufgerufen, Wahrheit zu sagen. Auch wenn es anderen ertragen. Habe keine Angst, was mit dir geschieht. Denn wer sein Leben gibt, am Ende sieht. Du hast es bekommen, um es hinzugeben. Das ist der sichere Weg zum Leben. Sei du für das Leben, für das Leben, für das Leben, ich bin für das Leben. Ich bin für das Leben, für das Leben, ich bin 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 für das Leben. Amen.